Hallo ihr Lieben, ich bin Angela und heute zeige ich euch meine SPF-Gesichts-Top-10-Favoriten aus der Drogerie. Dieses Video plane ich schon so lange und jetzt, wo der Sommer endlich da ist, habe ich gedacht, ich zeige euch meine Top-10-Sonnenschutzprodukte fürs Gesicht aus der Drogerie, weil in die Drogerie können wir alle gehen. Ich glaube, dieses Video ist am sinnvollsten als erster Step. Ich habe natürlich auch schon Sonnenschutzprodukte aus dem High-End-Bereich ausprobiert, aber heute geht es einfach mal rein um Drogerie-Produkte. Ähnlich wie in meinen Hauls habe ich mir hier auch ein 5-Sterne-System überlegt, damit ihr einordnen könnt, wie gut ich das Produkt in welcher Kategorie fand und ich erzähle euch einmal kurz, wie ich mir das vorgestellt habe. Das erste Kriterium ist Auftrag und Konsistenz. Damit meine ich sowas, zieht das Produkt schnell ein, lässt es sich angenehm einarbeiten, klebt es auf der Haut oder rollt es zum Beispiel ab. Kriterium 2 ist Weißeln, also haben wir weiße Rückstände auf der Haut, das ist ja auch immer super nervig bei SPF oder ist da gar nichts und es zieht sofort weg und man sieht gar nicht, dass SPF drauf ist. Punkt 3 ist Brennen in den Augen, auch das habe ich mir ganz genau angeguckt und hier ist es so, desto mehr Sterne ich vergeben habe, desto weniger brennt es im Auge, desto zufriedener bin ich quasi. Dann der Punkt Hautgefühl, damit meine ich so etwas, wie fühlt sich der SPF im Laufe des Tages auf dem Gesicht an, spannend ist oder klebt ist, solche Punkte habe ich hier betrachtet. Spürt man den SPF überhaupt im Laufe des Tages auf der Haut? Und einzeln betrachtet habe ich auch nochmal den Punkt Glanz, weil ich persönlich finde das nicht so schön, wenn das Gesicht extrem glowy, speckig und fettig aussieht nach dem SPF-Auftrag. Also desto mehr Sterne ich immer jeweils vergeben habe, desto besser finde ich das Produkt. Also bei Glanz zum Beispiel, ein Stern bedeutet, oh es hat richtig doll geglänzt, fünf Sterne, ich bin super zufrieden mit der Glanz-Performance sozusagen und es hat nicht doll nachgefettet und nicht doll geglänzt. Und gleich blende ich euch auch zu jedem SPF, den ich euch zeige, mein Video ein oder meinen Video-Ausschnitt, damit wir uns nochmal angucken können, was ich damals zu dem SPF gesagt habe, als ich ihn relativ neu getestet habe. Dieses Ranking hier heute ist natürlich ein Langzeit-Fazit. Ich habe die Produkte ja alle auch aufgebraucht und da kann es sein, dass die Bewertung von den Sternen natürlich auch manchmal im langen Vergleich etwas abweicht. Außerdem muss ich das Ganze natürlich auch in eine sinnvolle Top-10-Reinfolge bringen, damit wir hier einen schönen Vergleich haben. Legen wir los! Meine Top-10 ist die Hip Baby Sanft Sonnengesichtscreme. Wirksamer Schutz vor UV-A und UV-B strahlen und er ist wasserfest, was ich auch richtig gut fand. Das haben nicht alle SPFs. Er macht, was ein SPF macht. Ich finde ihn gut. Der funktioniert für mich. Ich hatte auch das Gefühl, er lässt sich schön und leicht auftragen. Keine weißen Rückstände. Allerdings, und das verstehe ich bei einem Babypflegeprodukt nicht, der brennt ein bisschen in den Augen. Also ich trage mir das ja wirklich immer auf den Augenlidern und auch unter den Augen auf, weil da gehört für mich ein Sonnenschutz auch einfach hin. Aber brennt halt in den Augen. Das muss eigentlich nicht sein. Das fand ich ein bisschen schade. Der glänzt ganz schön. Also ich war danach immer ziemlich, ziemlich glänzend unterwegs. Ich fand das dann doch ein bisschen zu doll. SPF Top 9 ist von Nivea Sun und zwar die Anti-Age-Variante mit Q10. Formel mit Q10 beugt lichtbedingte Hautalterung wie Falten und Pigmentflecken vor. So eine leichte Textur haben, ein seidig weiches Hautgefühl geben und Antioxidantien natürlichen Ursprungs unterstützen den hauteigenen Sonnenschutz. So, das ist hier jetzt so ein kleines Würstchen und sieht aus, als ob er weiß hält, aber wir gucken mal. Na, lässt sich dann aber doch ganz gut verteilen. Also der Nivea-Geruch, der Nivea-Geruch ist echt einzigartig. Liebe ich. Super gut weggezogen. Klebt aber ein bisschen. Schade. Bisschen, bisschen klebt es. Glänzt auch ein bisschen. Top 8 ist die Gesichtssonnencreme von Pediprotect. Ist für empfindliche Haut, aber gerade auch Kinderhaut geeignet. Ansonsten für alle Hauttypen, für sensible, empfindliche Haut, trockene Haut, all sowas und eben speziell fürs Gesicht gemacht. Ansonsten steht hier noch, dass es die Bildung von Kollagen fördert und wie immer den Schäden lichtbedingter vorzeitiger Hautalterung vorbeugt. Und hier zeige ich euch auch nochmal die Konsistenz und wie er sich verteilen lässt. Wie man sieht, der ist ein bisschen dickflüssiger, lässt sich dann aber doch ganz gut verteilen. Der weißelt nicht und im Nachhinein klebt er auch nicht auf dem Gesicht. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Minuspunkt, zumindest bei meinem Hauttypen, dass man danach schon durch diese dickflüssige Textur ein bisschen sehr glänzt im Gesicht. Die Nummer 7 könnte den ein oder anderen von euch verwundern, weil es auf einem so weit hinteren Platz ist sozusagen. Das ist nämlich die Sunny Today von No Cosmetics. Ihr seht dann ja aber immer an der Sternebewertung, wieso, weshalb, warum das Produkt im Langzeittest vielleicht bei mir auf diesem Platz gelandet ist. Wir haben ja gerade über moderne organische Filter gesprochen. Die sind auch hier drin und schützen die Haut zum Beispiel vor Sonnenbrand, Rötungen oder Hyperpigmentierung. Und vor den freien Radikalen schützen uns antioxidative Stoffe. Hier ist eine Mischung drin, unter anderem aus Grüntee-Extrakt und Vitamin E. Das kann die Kollagenproduktion erhöhen und wirkt auch der vorzeitigen Hautalterung entgegen. Jojoba-Öl haben wir hier auch drin. Das schützt die Haut vor dem Feuchtigkeitsverlust und erhöht auch unsere Elastizität der Haut. Sie hat sich einfach nur dicker und reichhaltiger angefühlt. Und im ersten Moment hatte ich das Gefühl, sie klebt ein bisschen mehr als jetzt eine normale Tagespflege ohne Lichtschutzfaktor. Am Ende des Tages war meine Haut die letzten beiden Tage wirklich richtig schön weich. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie super mit Feuchtigkeit versorgt war. Wirklich ein richtig tolles Hautgefühl. Dass sie ganz leicht in den Augen brennt. Es tränen jetzt halt ein kleines bisschen. Auf der Nummer 6 haben wir ein günstiges Produkt von Sundance, nämlich den Kombi-Sonnenstick mit Lippen- und Gesichtsprodukt drin. Die Creme, die hinten drin ist, soll eine besondere Formulierung haben. 24 Stunden Feuchtigkeit auch noch parallel spenden zu dem Sonnenschutz. Und der Lippenpflegeschift schützt die empfindliche Lippenhaut vor der Austrocknung und vor Kälte steht hier sogar. Okay, man erkennt nichts. Das ist gut. So wachsig. Fühlt sich nicht schlecht an. Fühlt sich halt super reichhaltig an. Das muss man auf jeden Fall mögen. Nummer 5 ist dann wieder von Nivea Sun, nämlich die Sensitive Sonnenpflege. Sensible und empfindliche Haut. Soll beruhigen, Feuchtigkeit spenden und nicht fetten. Okay, das war ein bisschen viel Produkt. Macht nichts. Im Gesicht trage ich mir ja auch viel auf. Also im ersten Augenblick sieht er ein bisschen gelblich aus. Das verfliegt aber schnell wieder. Und der weißelt auch überhaupt nicht und lässt sich gut auftragen. Ist jetzt aber auch wirklich kein matter Sonnenschutz. Also man glänzt schon ein bisschen damit. Ich glaube, Leon hat mal gesagt, dass der in den Augen brennen soll, weil irgendwie altmodische Filter drin sind oder so. Bei mir tatsächlich gar nicht. Also ich creme mich wirklich sehr, sehr nah am Augen, also am unteren Wimpernkranz ein. Und ich creme mir auch immer die Augenlider ein. Und es hat nicht gebrannt in meinen Augen, obwohl ich wirklich empfindliche Augen habe. Es ist ja auch immer sehr unterschiedlich bei Skincare. Einige reagieren empfindlicher auf gewisse Inhaltsstoffe und andere gar nicht. Von daher, die habe ich aber sehr, sehr gut vertragen. Und ich habe sie auch super gerne ungeschminkt benutzt. Das Over-Make-Up UV-Spray von Garnier hat es in die Top 4 geschafft. Einfach nur schütteln, Haar raus im Gesicht und raufsprühen unbedingt Augen schließen. Und Mund, ganz wichtig, Mund schließen. Also ich kann euch nicht empfehlen, dabei einzuatmen. Einfach kurz Luft anhalten und danach irgendwo anders hingehen. Auf jeden Fall nicht einatmen. Ihr seht, der weißelt auch nicht. Da habt ihr irgendwie keinen super krassen Schimmer auf dem Gesicht, sondern erfrischt einfach nur euren SPF wieder auf. Nummer 3, Anti-Age-Super-UV, auch von Garnier. Enthält Hyaluronsäure gegen Falten und feine Linien. Ultraleichte, hydratisierende Formel spendet Feuchtigkeit in der Tiefe mit Vitamin B3, um kleine Trockenheitsfällchen sowie feine Linien zu mildern. Das mit dem Hyaluron fand ich natürlich super, weil es feuchtigkeitsspendend ist und weil es nicht einfach nur ein Sonnenschutz ist, sondern weil es auch eine Pflege mit beinhaltet. Ich habe außerdem total gemischte Meinungen über diesen SPF speziell gehört und wollte mich einfach mal selber überzeugen. Meine Haut liebt den. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, das ist gerade ein richtiger Favorit von mir. Also der ist zwar ein bisschen dicker, aber was es sonst bei meiner Haut macht, ist, dass es dann total glänzt. Und das tut der hier nicht. Ich sehe nicht speckig aus, obwohl er sich reichhaltig auf dem Gesicht anfühlt. Ich bin wirklich überrascht. Also ich fand ja den zum Schütteln immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, im Sommer ist der für mich auch besser, weil der ein bisschen flüssiger ist von der Textur. Aber dieser hier ist auch einfach nur super. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn man ihn zu schnell nach der Tagespflege aufträgt, dann rollt er sich so ein bisschen ab. Das ist so das Einzige. Ansonsten, der riecht total duftneutral. Also er riecht nicht. Und außerdem hatte ich auch nicht einmal das Problem damit, dass er in den Augen gebrannt hat. Wirklich nicht einmal. Und ihr wisst, wie nah ich immer unter den Augen einen creme. Jetzt ist die große Frage und auch die schwierige Frage für mich gewesen. Was ist denn Top 2? Was ist Top 1? Ihr werdet auf jeden Fall schon mal merken, dass eine gewisse Marke sich hier in den oberen Rängen richtig durchgesetzt hat. Und ihr wisst, welches eigentlich mein Lieblings-UV-Schutz fürs Gesicht ist aus der Drogerie, wenn ihr mir schon länger folgt. Dieser hat es diesmal aber nur auf Platz 2 geschafft. Und zwar ist es auch wieder von Garnier das Sonnenschutzfluid mit Hyaluron. Dadurch wird die Haut effektiv vor Sonnenschäden und vorzeitiger Hautalterung geschützt. Außerdem beugt es Sonnenbrand und sonnenbedingten Pigmentstörungen vor. Es soll nicht in den Augen brennen und auch bestens unter Make-up funktionieren. Dass hier Hyaluronsäure mit drin ist, was dann noch so einen Feuchtigkeitsspendendeffekt haben soll. Das ist sehr flüssig. Super, super angenehmes Gefühl beim Auftragen. Hier haben wir auch keine weißen Rückstände, also es wird komplett transparent auf meiner Haut. Mit diversen anderen Produkten darunter kein Abrollen. Direkt nach dem Auftragen so dieses leicht klebrige. Und es war ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, aber auf der Nummer 1 ist ein Produkt, was ich euch in meinem letzten DM-Haul gezeigt habe. Und zwar ist das von Garnier das Sonnenschutzfluid Serum. Das ist eindeutig meine Nummer 1 und hat die Nase einen Tick weiter vorne als das Produkt auf der Top 2. Och, so ein gutes Produkt, Leute. Es macht einfach so Spaß, das zu benutzen. Es ist nämlich tatsächlich wie ein Serum. Die Konsistenz ist so leicht, so frisch, so wenig fettend, so wenig auf dem Gesicht irgendwie glowy. Also außer ihr mögt das. Dünne Konsistenz. Es lässt sich so gut verteilen. Es zieht so gut weg. Schaut euch das mal bitte an. In 2 Sekunden weg. Es ist weg. Es weißelt nicht. Es glänzt nicht. Es ist einfach ein Game Changer. Insgesamt kann ich sagen, sind das alles ganz gute SPF-Produkte von der Top 1 bis zur Top 10. Es kommt immer auf eure individuelle Haut an. Ich sag's immer wieder, wie das Ganze bei euch performt und wie es euch gefällt. Ich wollte dieses Video jetzt hier für euch machen, damit ihr einmal eine kleine Einschätzung davon bekommt, wie ich die einzelnen Produkte fand. Dass ihr sie so ein bisschen einordnen könnt. Und ich hoffe, dass auch die Bewertungskriterien, also das Sternesystem, euch eine Hilfe sind bei der Entscheidung, wenn ihr das nächste Mal in die Drogerie geht. Ausgenommen von dem Video sind jetzt natürlich alle Körpersonnenschutzprodukte. Ich hab natürlich auch einige für den Körper schon benutzt aus der Drogerie. Allerdings sollte es hier jetzt erstmal ums Gesicht gehen. Und natürlich verlinke ich euch auch alle Videos, wo ihr gerade die kleinen Ausschnitte gesehen habt. Nochmal als Komplettversion unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe nochmal angucken, wenn ihr möchtet. Das sind teilweise Hauls, teilweise sind das Vergleiche mit High-End SPFs gewesen. Teilweise waren das Langzeit-Fazits, wo ich den SPF eine ganze Woche auf dem Gesicht getestet habe. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr mögt. Falls euch das Video weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Weil dann sehen wir uns nämlich schon ganz bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bis dann!